jo leute willkommen zurück bei minecraft tag light mit zwei mal kurz mehr und der mobfarm heute die mobfarm dran so hat der mobfarm ich und ihm das spielt nicht mit alter was ist das für ein bullshit die mobfarm ist vielleicht vier blöcke tief ja das gut so wir brauchen die nicht tiefer dafür ist der kleiner da gut das sitzt und jetzt ja strom ran strom ran jawohl strom kommt was brauchten der für strom eu eu scheiße es ist mit dem holz eu ist das was wir für alle maschinen zum haus benutzen eigentlich ja also nicht das was die braucht nein nicht das was sie können ja gut wir kriegen das jetzt dadurch die dimension müssen wir verraten man ist so hässlich braucht es sind trans fix was gibt es denn dafür kabel kabel nein tesserakt was macht eigentlich ein tesserakt das will ich auch noch mal bauen habe ich jetzt hier ist das jetzt habe ich irgendwas hier hergestellt ich will nicht wissen was ich da gestellte die mfw alt ist das speed upgrade es werden wie wie kriegt ihr strom dann über das ist deine aufgabe der technisch so hässlich dass man stirbt könnte weg dann teil ich will leben wollen hörst du auf ich töte dich macht es ich bin stärker wie du das ist auch mein teich jetzt in ruhe mensch der scheiße man so hässlich ist es ja hast du heute schon in das spiegel oder eben immer gesagt dass das in das spiegel gucke wenn wir spielen in den spiegel dann weißt du was hässlich ist was von google oder jetzt verpiss dich man ich entscheide was hier an meiner mauer gebaut wird oder nicht da kommt ein teilchen ob du das willst oder nicht bullshit also bullen scheiß brauche ich da jetzt auch nicht bullshit ja eben ist nein warum brauchst du so einen scheiß Turmen halt das spd was wer wurde das behindert und jetzt wird er sterben das behindert nein hässlich hinterlassen hat sich scheiße ich hab jetzt nichts mehr zum bau ich wollte scheiß loswerden anstatt in die kiste rein zu holen nein er bot in der scheiße für das mein ding beleidigt hast welches ding mein teich mein teich ja so hätte ich gewesen dass man sterben könnte bin noch weile macht ist er gleich wieder da bist du nicht mehr da hätten wir doch ich könnte das bett zu stellen du bist und die tür hat das könntest du das stimmt wir können schlafen warum es könnten wir das stimmt weiß nacht ist gut ich bin im bett aber ich brauche nicht alle sieben nicht im bett und pisse ich füge im bett jetzt es werden ja chillt mal leute chillt war euer karten taucher das war so ein taucher ja auch taucher folgen nötig du bist unnötig mal du bist unnötig wenn dann halt was machst du jetzt ist wieder hässlich verpiss dich mal ich kann jeden einschlag töten jetzt noch einfach gesetzt bist du tot das ist aber unfair das ist nicht doch weil ich hab das ist die richtige sache so ok also würde so passieren ok 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 mitgebeten und ich entscheide auf ein teilchen gebaut wird nicht ok ab da der fb ja das wird heute jetzt sagt ich bin nicht ich brauche kein neues warum solltest du neues bauten dinge ja vielleicht zu stößen ich dachte ich dachte ich tue 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 so neue regierung der weltordnung der wochen futur finde ich auch so was machst du das schönes markus ich guck dir mal zu was du da treibst er hat sich in dem ich auch dauernd beobachten ich helfe weil ich das war ein lieber mensch bin gut lieb es lebt bei der der karte abtlösen die erhebende ich habe kein Erden mehr er hat kein Erden mehr er ist deutsch Junge hast du gesagt Junge ich habe ein wichtiges Zeug dabei Ende du machst es am Arsch, dann kannst du mich töten du machst es wieder weg oder ich werde dich töten ich kann dich die ganze Zeit blöber und irgendwann wirst du sterben nächste Folge einen Monat, in der Woche versteckst du dich in Bäumen oder was oder in der Luft ja, such mich doch du kannst mich verfolgen nee, du hast mich weg so bleibst du eben da mach ich auch gut sollst du aber von Sven eine scheiß Mob von bauen ja, hab ich doch aber ich weiß nicht, wie die Energie rüberbringen soll wenn es jetzt EU, äh, MJ wäre ähm, MP, MJ ja, dann bringst du doch mit MJ da rüber und dann war nichts wieder um ja genau ja, du hast eine Lösung gefunden und die, und die was wäre die bessere Lösung? weiß ich doch nicht das wäre die einzige Lösung, die mir auf die Stelle eingefallen wäre es gibt bestimmt bessere gut, oh Gott ist auch für dich alles voll zu tschüss, ne? ich hab gar nichts gemacht ich hab mir nicht ich hab mir nicht haha heh, 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 heh hmm hm 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 Ihr zwei, ihr braucht euch jetzt nicht verbinden, ne? Ja, wir haben es schon seit fünf Jahren verbunden, seit wir geboren sind, seit wir uns kennen. Ah ja. Was ist denn das, wenn? Scheiße, das ist... Ich verstecke da sich hier irgendwo, was erwartest du? Ich bin blöd. Was denn? Wird doch nichts, ich wollte nur wissen, wo du bist. Ja, genau. Um dann mit dir... Schlitten zu fahren. Ja, ich wäre auch mit Schlittenfade. Schlittenfaden ist gut. Mir tut langsam der Finger weh. Vom Schlittenfade? Nee, vorm Schiff drücken. Ja, Schlittenfaden sag ich doch, das heißt Schlittenfaden. Schiff drücken. Aber Gold ist schon eine geile Farbe, ne? Gold, wie du? Gold ist geil. Wo sind die Mop-Fam? Ja, durch den Teleporter-Mop-Fam. Nee, ich meine, der wurde was zum Foto bauen muss. Ja, Teleporter-Mop-Fam. So, okay, da ist keiner. Okay. Er ist erst mal 20 Meter tief oder so. Ja, so ungefähr. Ah, da ist er ja. Dein Scheiß-Ding. Bist du immer noch sauer? Alter, dass ich dich nicht treffe, ist ein Wunder. Warum bist du noch sauer auf mich? Ich hab's schon gar nichts gemacht. Naja. Wann langen die Steine für das, was ich jetzt vorhabe? Was ist langt? Lang die Steine. Lange die Steine. Sterben oder? Ein bisschen. Dein Grab mal zu bauen. Grab mal zu bauen, glaube ich. Nein. Was lebt bei Lulu? Uff, das ist eine Beleidigung, denke. Man hat's heute mal einen Steinpenis nicht bauen lassen. Naja. Da kann ja auch bei dir nicht allzu viel raus werden. Hä, warum ist das denn? Ich will mein Chat-Tag wieder haben, Markus. Du wirst nichts mehr haben. Du wirst nie wieder was haben. Gib mir mein Chat-Tag. Mann. Mein Chat-Tag. Mein Chat-Tag. Mein Chat-Tag. Junge, ich kann nicht reden, wie du tötest. Er hat's zwar verdient zu sterben, aber so ein Chat-Tag ist schon nützlich. Gut, den ist ein Chat-Tag wieder. Muss ja aber ein Zappel, wenn er zu blöd ist. Wer nicht hat. Chat-Tag. Alter, wie viel Goldkabel ich dafür brauche. Alle verballern dir unser... Wie wirst du stressen, wie wirst du da nachher laufen? Ich mach's nicht. Natürlich wirst du laufen. Wenn du wirklich zu blöd bist, reinzulaufen, dann... Ja. Du wirst dir Gedanken machen. Wie viele Türme hast du? 3? 1, 2, 3, 4, 5. Ich werde jetzt hier der MFE reinbauen, da der MFE reinbauen, da der MFE reinbauen, da der MFE reinbauen. Also heute noch 3. Du hast nur die... Nee, du musst auch irgendwie hochgehen, so den Türme. Bisschen. Nein, ich geh nicht komplett hoch, die Türme. Na, nicht den Türme bauen, aber ich will da hochgehen halt, ne, mit Leitern und so. Ja, das geht. In den drin ist kein Strom. Und ich hab da... Oh, fuck. Fuck. Da ist ja schon Strom drauf. Ich hab da mal die Leiter, bitte. Ich hab da mal die Leiter, ich hab keine Leiter, in dem Turm hier war nix. Achso, echt? Oh, stimmt. Oh, sich da Strom drauf. Das ist halt auch so ein Lappen. Da ist ein bisschen zu viel Strom drauf. Nein, wenn du auch so ähnliches läuft, passiert hier nichts. Siehst du? Natürlich übelst du, siehst du? Siehst du? Nur wenn du den Block danebenläufst, da kriegst du Schläge, hier kriegst du keine mehr. Ja, das ist links aber lag. Wenn du hier einmal stehst, dann passiert dir nichts mehr. Digga, siehst du ja, ich lauf hier die ganze Zeit hin und her. Und vor allem laufen wir im Normalfall nicht die ganze Zeit auf der Mauer rum. Du stehst auf dem falschen Block. Ich steh... Du stehst da hier eindeutig in der Mitte. Man soll ja auch zwei Block breit laufen können. Das geht nicht, dann wird's elektrifiziert. Das ist halt doch echt lapp. Du hast gesagt, ich soll es da hinbauen. Das hab ich da hingeworben. Das fäll ich nur ohne euch zwei machen, ne? Ah, ich will elektrisieren. Äh, ja, jetzt komm ich nicht mehr hoch, goll. Jetzt haben wir mal den Tapping da hin und... Ah, den Wann schnell. Leg dem dir, leg dem dir. Ja, ja, Leute, Leute, sorry. Alter, das ist... Jetzt geht mir weiter, bevor du noch mal fängst. Warte. Soll du gleich wieder elektrisiert wirst. Wieder ein Block in der Luft. Weil ich lauf hier um mal drum und chill hier voll mal allein. Ja, aber... Du bist dauernd auf der Rekke. Ja, zwei Block mal da hin. Ja, ich hoffe, es geht doch hier, Digga. Wer hat denn mein Tricksack? Dass du nicht so weit darüber laufe. Verwenden euch. Alex, was? Wer hat mein Tricksack? Oh, oh. Ich hab dir noch gekippt, du Pisse. Ja, du hast mich aber noch mal getötet. Das war der Food, das war das Sven. Aber der Kleine ist das auch da vorne wahrscheinlich da heute. Da habe ich dich gebürzt, oder? Gib mir jetzt weiter, Digga. Ja, warum hab ich das Ding gemacht? Ja, hat schon mal Leben hier. Hast du das Food schon? Ja, ja, hab ich, hab ich. Töte ihn zu an. Da hat das Ding. So, jetzt sind wir quitt. Aua. Hast du mich gerade einfach getötet? Nein. Das ist... Dafür, dass ihr mich so 10.000 Mal mit dem scheiß Cyber-Schwert gekillt habt. Aufhören, Markus, wir sind quitt. Wir sind quitt. Ja, aber ich komm nicht zu meinem... Ah, doch, mein Chat-Pack ist auf der Seite Glück gehabt. Sonst würde ich nicht hochkommen und ich würde gerüstet werden. Dass wir quitt sind, also. Ihr habt mich getötet, ich hab euch getötet, sonst haben wir quitt. Boah, ist mein Helm. Dein Zeug liegt ja hüben, das andere ist alles im Sven-Seins. Hättest du wahrscheinlich alles kaputt gegangen, hätte. Da liegt noch, da, Markus, hier. Als du die ganze Zeit im elektrischen Sturm rumgechillt hast. Darum ist das wahrscheinlich kaputt. Da liegt noch alles. Futo, hast du mein Essen gesnackt? Nein, ich hab nichts gesnackt, ich hab alles liegen lassen, da Zeug. Naja, aber du scheißt, man ist das sicher da. Ich hab noch was. Ich hab fast genug essen gefahren vorher. Da liegt noch eine Säge. Ja, komm her, komm her. Wo ist die Säge? Ja. Müsse. So, und mit diesem Troll zum Schluss, würde ich sagen, beenden wir... Da, wo ist die Säge, Digga. Beenden wir diese Folge. Warum hat er ein Cyber? Darum sag ich, tötet ihr. Nein, ihr tötet mich nicht, ihr habt mich schon zweimal getötet. Du wirst diese Scheiße Cyber-Ding nie bekommen. Ist so gefährlich. Ist so gefährlich für dich, Alter. Schnauze. Du kannst damit nicht umgehen. Das geht nicht. Also, ich wünsche euch neuen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht auch Montag. Ja, so wie es heute rauskommt. Also, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal raus. Ich sage Tschüss. Marco sagt auch Tschüss. Ich sag Servus. Bis dann. Ciao.